Neuer Tag, neuer Booster, Folge 1416. Ja, ich hoffe, der hier gönnt heute mal ein bisschen was. Bisher haben wir ja noch gar kein Highlight gehabt. Ich meine, die Rare-Karten sind ja Standard in diesem Set und eine Super-Rare ist ebenfalls Standard. Von daher hoffe ich mal, dass wir heute einen richtigen Kracher dabei haben. Drückt mir mal die Daumen. Es geht los mit Zoha, der Achtheits Unermessliche. Dann haben wir Achtheits Ruf. Synstar Prominence, der Sprengende Drachobezwinger. Auch ein ziemlich langer Name, aber auch ein cooles Artwork irgendwie. Dann haben wir Achtheits Kühle. Ne, Kuhle. Ah, sorry. Eine Fallenkarte. Schlangenregen. Das ist auch ein cooles Artwork, finde ich. Also das ist ja, ich finde das genial. Die als Super-Rare würde bestimmt auch richtig cool aussehen. Achtheits Ursprung. Und die letzte Karte im heutigen Pack. Ja, nice! Wir haben eine Ultra-Rare. Jetzt hätte ich fast Super-Rare gesagt. Ogdo Abyss, der Achtheits Oberherrscher. Sehr, sehr nice. Gefällt mir richtig gut. Ja, und das erste Highlight, ne? Genial. Nummer, Karten Nummer 9. Also noch ziemlich am Anfang des Ordners. Ich bin gespannt, was hier auf jeden Fall noch so kommt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.